Hallo Klasse, ich mache Koko-Brussel. Sie gehören zu den meistige Bakkenen Keksen Osterreichs zu jeder Adventszeit. Zutaten von Koko-Brussel sind. 200 grand Koko-Flocken. Vier Eiweiß, 200 Gramm Crystal Zucker und ein halbes Zitron. Zuerst schlagen Sie das Eiweiß sehr fest. Fügen Sie den Zucker. Musik 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 Sie müssen alle Zutaten Waren des Eislags hinzufügen. Fügen Sie kleine Mengen auf einmal hinzufügen. Bilden Sie kleinen Stapel des Teigs auf einem Kopfblatt. Bei 180 Celsius ca. 15 Minuten becken.